Okay, da rüber. Ist aber nicht so fein. Toll. Jetzt hab ich die Viecher da stehen lassen. Fuck, du Mistvieh. Okay. Ey, was war das denn jetzt für ein Kameradreher? Wow. Ich hab die Kamera kein bisschen gedreht. Das ist schon öfters passiert. Okay. Ah, irgendwas Tolles. Na, verlohene Seele. Ein sehr ruhiges Level bisher eigentlich. Wenig zu kämpfen. Mehr Plattform-Action. Wir können eigentlich locker drüber. Boah, wir können aber auch genauso gut dahin. Weil es da was ist. Ist aber irgendwie nix. Ich schaue einfach mal. Boah. Boah, da war knapp. Stopp. Okay. Jetzt bin ich daneben gefallen. Okay. War eigentlich scheißegal, wo wir langgegangen sind. Ich hoffe, ich hab da hinten noch nichts liegen lassen. Na. Wusste ich doch, da ist irgendwas. Ich muss nur gucken, wie ich da hochkomme. Okay. Hier am Regal vielleicht irgendwie. Da oben kann ich mich dran ziehen. Da ist auch ein Kupferschlüssel. Und spinnen. Wunderbar. Okay. Da hoch irgendwie. Da hoch, da hoch, da hoch. Okay. Ich kann mich da ran ziehen. Aber wohin? Dahin. Okay. Kupferschlüssel. Jetzt müssten wir da irgendwie hin. Nee, die Reichweite ist viel zu eingeschränkt. Fuck. Das ist mies. Komm mal da hin. Irgendwas sagt mir, dass es nicht klappen wird, wenn ich da einfach springen werde. Okay. Knapp geschafft. Da oben ist auch noch was. Von hier aus auch. Von hier aus komm ich da rüber. Oder auch nicht. Wow. Hält dich doch da fest. Heftig am Energie verschwenden hier. Okay, den Sprung hab ich auch nie geschafft. Kommt wirklich nur von Plattform zu Plattform. Gut. Da kann ich auch noch rein. Kommt man denn da überall hin? Oh, Nullenritter. Oh, cool. Dämonenmodus. Oh, wir haben nur einen Frostritter. Kommt man ja. Oh, und eingefroren. Das ist für ein fieser Kampf. Toll, die dürfen nicht so nah beieinander stehen. Und jetzt treffe ich den ein, nicht? Wir haben es schon. Okay, ein erstes Blatt. Gibt's auch gar nicht. Der Rotor ist nicht schlecht. Yeah. Oh shit, ich richte nicht in der Luft. Yes. Okay. Oh, mehr Spinnen. Hm, da hinten ist noch irgendwas. Verlorene Seele. Okay. Müssten irgendwie hier hochkommen. Oh, da oben ist auch noch eine verlorene Seele. Kann ich ganz schön erkunden. Okay. Ich denke, von hier aus komme ich auch da hin. Richtig. Richtig. Oh, wie fies. Oh. Ich hätte mich ranziehen müssen. Okay. Wir sind hier drin. Jetzt können wir auch hier rein. Oder auch nicht. Fuck. Was brauche ich dafür? Wir bringen null was. Hm. Da ist die aber auch wirklich nicht. Dann wollen wir da zurück. Oh, wie knapp daneben. Ich glaube das nicht. Ich werde hier nur drauf gehen, deswegen. Oh. Schade, dass wir da nicht reinkommen. Egal. Gehen wir weiter. Genug Energie verschwindet. Was für ein ruhiges Level irgendwie. Nichts so wirklich los. Ah, wo doch Zeit. Boah, das ist nicht schlecht. Oh, shit. Ah, schön. Yeah. Oh, la, oh, no, merde. Nigut. Der Tanko immer so ist mir nicht. Der Tanko immer so ist mir nicht. Nicht dahin. Wow. Genug die Kettensäge. Das ist die Scheiße, dass man die anbizieren kann. Boah, schon wieder. Nö, diesmal nicht. Frostritter. Eigenbeschuss. Das stimmt. Hab ich vorhin schon gemerkt. Yeah. Oh, ich kann das Vieh noch nicht mal ranziehen. Nö. Ah, ich kann mich wahrscheinlich ranziehen. Ah, ich kann mich damit in der Luft halten. Tenet Aerial Combo. Fuck you, Dante. Oh, shit. Boah, war das knapp. Oh, viel Schaden. Ich hab null Eilung. Das war cool. Dadurch, dass ich mich immer rangezogen hab. Lieblich link in der Luft. Irgendwas muss doch hier zum Heilen sein. Hey, ist das eine verlorene? Nö. Nur rote Kugeln. Okay, das sieht nicht gesund aus. Oh, shit. Ach, was los? Oh, shit. Geht's doch. War ne gute Combo. Ich glaub, ich arbeite eher mit dem Ranziehen. Ziemlich cool eigentlich. Da halt ich auch die Gegner länger in der Luft. Hey. Da geh mal rein. Mach mal auf. Okay. Liegt da einfach so ein Stern rum. Die nehmen wir natürlich auch noch mit. Okay. Ja, toll. Sackgasse. Hm. Wo zur Hölle ist die Mixanlage? Würde ich mich... Würde mich auch mal interessieren. Diese eklige Brühe raus. Ich glaub, dieser Asuko-Bus stellt die Scheiße her. Nee, erstmal geh ich hier rein. Ah, cool. Was hast du übersehen? Oh, oh. Wer denn her? Hä? Kann ich gar nicht in die Luft kloppen? Wollt schon sagen. Na gut. Endlich. Alles noch mit. Oh, Kofferschlüssel. Oder Silberschlüssel. Das ist eine Geil-Mission. Okay, was müssen wir machen? Töte alle Gegner innerhalb der Zeit. Gegner nehmen nur von aktiven Bereichen aus Schaden. Und diese aktiven Bereiche wären... Einfach mal anschauen. Die wären nass. Okay. Das heißt, ich muss die immer wieder ranziehen. Ja, boah, mein Gott. Weg hier. Boah, die nerven mit den Kettensägen. Guck mal alle her. Das ist ja nervig. Ich hab noch keinen getötet. Sehe ich auch nie angerannt kommen. Hier hin. Boah. Okay, Nummer 1. Da ist der nächste Bereich. Boah, wie lange rennt der mir hinterher? Krieg ich auch nie in die Luft. Unglaublich. Er ist gar nicht mal so einfach. Aber ich kann es direkt nochmal versuchen. Das ist cool. Okay, wollen wir in den Bereich. Da hinten. Oh mein Gott. Wenn die mit den Kettensägen nicht wären. Boah, kommen die weg. Hier hin. Okay. Das ist mal einen getötet. Das ist so furchtbar. Nervig. Okay, ab in den nächsten Bereich. Okay, 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 okay. Oh, lass mich bloß im Ohr. Boah, der Bereich wird auch so schnell klein. Okay.